Das vielleicht Auffälligste an den Märkten insgesamt ist derzeit eine riesengroße Lücke zwischen den US-Märkten und dem Rest der Welt, könnte man sagen. Und damit aller herzlichst Willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den ersten Handelstag in der neuen Woche. Während die Amerikaner gut dastehen, nach wie vor im Plus sind in diesem Jahr, ist praktisch überall sonst, vor allem in den Emerging Markets in China, die Sache doch ein bisschen anders. Da sind die Indizes deutlich negativ und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, es sind vor allem die Tech-Werte in den Emerging Markets, es sind vor allem die Tech-Werte in China, die nicht gut gelaufen sind derzeit, während das in den USA eben anders ist. Aber wenn man genauer hinschaut, hat sich in der letzten Handelswoche, also in der vorherigen Woche, etwas getan. Wir sehen, dass da die Tech-Werte plötzlich ihre Führerschaft verloren haben in den USA und es sind defensive Werte wie Telekom-Werte, wie Versorger-Werte, also Dividendenstark. Sichere Werte, die plötzlich gut laufen, während die Tech-Werte nicht gut laufen, das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass möglicherweise diese Riesenlücke ein bisschen kleiner werden wird. Es ist auch so, dass die ganze Geschichte insofern nicht ungefährlich ist, als die Anleger sehr, sehr einseitig positioniert sind. Wir haben die größte Exposure, wie man sagt, also die größte Investitionsbereitschaft, den größten Investitionsgrad in Tech-Werten. Das gab es zuletzt in einer ähnlichen Dimension, in einer ähnlichen Exposure im Jahr 2015 zuletzt. Also sehr stark nach wie vor alle im Tech-Sektor investiert, was die Aktien betrifft. Und wir haben, was vielleicht sogar noch wichtiger ist, eine massive Shortquote bei US-Staatsanleihen. Bei der zehnjährigen und bei der längsten Laufzeit der 30-jährigen Staatsanleihe noch nie gab es solche massiven Shortpositionen in US-Staatsanleihen. Wer Short geht in US-Staatsanleihen, der erwartet einen Anstieg der Rendite, dass also die Zinsen faktisch nach oben gehen, eben weil man davon ausgeht, dass die Notenbank FED weiter die Zinsen anhebt. Das müsste doch dazu führen, dass dann praktisch die Renditen steigen, also die Anleihekurse fallen. Deswegen ist man da Short und das ist praktisch jetzt natürlich insofern nicht unriskant, als wenn plötzlich eine Flucht in den sicheren Hafen einsetzen würde. Und als solche gelten, ob begründet oder nicht, amerikanische Staatsanleihen. Dann würden die Renditen fallen und diese Institutionen, die Short sind in diesen US-Staatsanleihen, die hätten ein massives Problem. Es könnte also zu einem Squeeze kommen. Die könnten praktisch gezwungen sein, ihre Shortposition einzudecken. Das ist derzeit das Spannungsfeld, in dem wir sind. Warum könnten sie gezwungen sein? Weil möglicherweise eben die Emerging Markets-Krise weitergeht. Wir hatten die Abstufung von S&P und Moody's der Türkei noch am Freitag nachbörslich. Wir haben nach wie vor ja Panik-Situationen, was die Währungen betrifft in den Emerging Markets. Wir haben die Grundsituation, dass eben die Dollars abgesaugt werden aus diesen Ländern und die Firmen und Konsumenten eben in Dollar verschuldet sind. Das ist genau das Problem. Wir haben zunächst mal jetzt den Start in eine ruhige Woche. Es gibt kaum Daten am Mittwoch. Dann das FED-Protokoll als erstes Highlight. Aber es ist jetzt nicht so die Wahnsinnswoche. Gleichzeitig ist die US-Berichtssaison mehr oder weniger jetzt zu Ende. Es ist am Freitag nochmal ein kleiner Euphorie-Schub gekommen, nachdem es so ein bisschen Gerüchte gab, dass, naja, es könnte ja zu einem Treffen im November zwischen Donald Trump und Xi Jinping kommen. Das schließt dann an diese Gespräche, die ja am 22. und 23. mithin, also am Mittwoch und am Donnerstag, zwischen diesen niederrangigen Delegationen zwischen den USA und China beginnen werden. Nach meiner Auffassung die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null, dass Donald Trump da irgendwas zurücknimmt. Ohnehin wird ja dann Anfang September, also bevor sich Trump und Xi Jinping treffen können, dann schon diese Zölle in Kraft treten. Heute hat der Chef von Möller-Mersk, der weltgrößten Reederei, gesagt, ja, diese Zölle, respektive diese Handelskriege, wird die USA dreifach schwerer treffen als die Welt. Die USA aber glauben sich unverwundbar. Die Investoren glauben, die USA sei unverwundbar, weil man eben derzeit scheinbar gut dasteht, was die Daten betrifft. Die Wirtschaft scheint gut zu laufen, aber es gibt doch erste Wahlenhinweise auch in der Wirtschaft, vor allem am US-Immobilienmarkt, sei es drum. Also, die US-Märkte deutlich besser, der DAX etwa deutlich schwächer in der letzten Woche, viele andere Indizes, alles was nicht USA ist, deutlich schwächer. Wie geht es jetzt weiter? Schauen wir mal auf den Start, wie die Märkte in Asien sich hier halten. Hier sehen wir den Nikkei-Future, leicht im Minus die Herrschaften in Tokio. Da ist schlichtweg vor allem der Chip-Sektor ein bisschen unter Druck. Kein großes Minus, so 0,4%, minus 0,4%. Heute etwas besser China, wir sehen hier den China A50, sehen, dass hier eine leichte Erholung stattfindet, jetzt nicht so wirklich nachhaltig. Die People's Bank of China hat wieder ein bisschen Geld in die Märkte gepumpt. Die Banken aufgefordert, Exporteure hier mit Liquidität zu versorgen. Also hier erste Zeichen wieder, dass China ein bisschen auf die Tube drückt, was die Liquidität betrifft. Wir haben ja grundsätzlich möglicherweise auch den Faktor, dass China ja sehr stark vor einem Dreivierteljahr etwa gegen die Schattenbanken gekämpft hat, damit praktisch den Kreditimpuls nach unten gebracht hat. Das kommt mit einer starken Zeitverzögerung von etwa einem Dreivierteljahr dann eben in anderen Märkten an, vor allem in den Märkten der Emerging Markets, die ja so dringend auf Liquidität angewiesen sind. Wie auch immer, jedenfalls keine besonderen Gewinne, aber es ist eben so, dass der chinesische Aktienmarkt nach wie vor deutlich schwächer ist als die Amerikaner. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte machen? Wir dürften um und bei, naja, 12.230 reinkommen, da wo wir am Freitag rausgegangen sind, nachdem nochmal die Hoffnung war, ja, es wird zu einem Treffen kommen, vielleicht im November zwischen Trump und Xi Jinping, aber es ist nach wie vor eben nicht wirklich bullisch, was der DAX hier zaubert. 12.290 wäre die erste Marke, die er überwinden müsste. Und dann 12.490, ich sage es öfter, aber das ist praktisch die Nackenlinie der Schulterkopf-für-Schulter-Formation beim DAX. Was machen die Amerikaner? Schauen wir uns den Nasdaq auf der Future-Basis an, sehen wir, dass wir hier nach wie vor in einem kurzfristig intakten Abwärtstrend sind. Da schaut etwa der Dow Jones ganz anders aus, der ist besser aufgestellt. Das zeigt, dass da plötzlich sozusagen die Führerschaft hier gewechselt hat. Es sind eben andere Werte jetzt, die plötzlich den Ton angeben, nicht mehr die Tag-Werte, 25.677 und wir haben den S&P bei 2.849. Die Wiesenseite, was ist da los? Wir haben am Freitag auch gesehen, dass der Dollar wieder ein bisschen schwächer geworden ist. 1.1425 aktuell, leichte Erholung des Dollars. Wir waren bei 1.1439 rausgegangen noch am Freitag. Wir sehen, die türkische Lira hält sich im Bereich der 6er-Marke. Offenkundig hat es praktisch in der Türkei eine indirekte Zinsanhebung gegeben, indem die Banken gedrängt wurden, in den Overnight, also über die Nachthandel zu gehen, wenn sie sich gelten, borgen. Dort sind die Zinssätze etwas höher, liegen bei knapp 20%. Also faktisch eine kleine Zinsanhebung, offenkundig durch die Hintertür, die hier passiert ist. Wir haben den Yuan weiter relativ robust bei 6,84 zum Dollar und der Dollarindex jetzt an der 96er-Marke. Abschließend noch Gold, das ich hier holen kann, 1.185. Rekordhohe Gold-Short-Positionen. Neben rekordhohen Short-Positionen in US-Anleihen sind zu beobachten nach CFTC-Daten, also praktisch nach den datenarmen Future-Markten. Wir haben Silber bei 14,76 Dollar und die Öle, WTI etwas schwächer, 65 Dollar, 65 und das Brennt bei 71,57 Dollar. Also ruhige Woche, das ist zunächst mal zu konstatieren. Andererseits haben wir klare Wandlungen gesehen in der letzten Woche. Wir haben erstens gesehen, dass es nach wie vor diese Divergenz gibt zwischen den US-Märkten und anderen Märkten, nicht nur den Schwellenländern-Märkten. Wir sehen, dass Italien ein Thema wird am Anleihenmarkt, weil die Renditedifferenzen zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen immer weiter auseinander gehen. Wir sehen, dass der Tech-Sektor in der letzten Woche seine Führerschaft verloren hat. Wir haben also sozusagen einen Late-Cycle, einen Spätzyklus, eine Spätzyklus-Situation könnte man sagen, möglicherweise an den Märkten. Die Amerikaner glauben sich unverwundbar. Jetzt gibt es nochmal die Hoffnung, dass es diesen Handelskrieg möglicherweise irgendwie doch noch zu verhindern gilt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Wir haben massive einseitige Positionierungen am Markt. Das ist das Gefahrenmoment im Prinzip, dass alle zu sehr auf derselben Seite des Bootes sitzen und wenn dann etwas kommt, was man so nicht auf dem Zeiger hatte, dann kann das Boot durchaus kentern. Der DAX ohnehin etwas schwächer auf der Brust, vielleicht mal mit einer Erholung, mit dem Versuch zumindest, aber übergeordnet sieht das nach wie vor schwierig aus. Also wir sind vor einer ruhigen, aber vielleicht deswegen doch gerade besonders brisanten Woche jetzt in dieser Handelswoche. Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in diesem Montag und sage Servus und Ciao.